schönen guten tag mein name ist jan heider von cap trader und ich darf sie ganz herzlich zu diesem kurz video begrüßen das heutige thema ist oder sind vielmehr die analyse möglichkeiten innerhalb der trader workstation konkret geht es heute um die analysten recherchen chart analysen um das news trading um fundamental daten analysen oder auch um dividenden analysen und dazu zeige ich sehr gerne einmal die möglichkeiten in der tvs ich bin hier wieder im klassischen trading in der leeren watchliste und kann jetzt zum beispiel mal einen bekannten deutschen wert adidas eingeben und neben dran gerne noch einen bekannten amerikanischen wert wie zb apple das einmal zu vergleichen so wir fangen an mit der analysten recherche das heißt es genügt hier auf das wertpapier einen rechtsklick vorzunehmen dann hier am besten auf den kleinen pfeil der nach unten zeigt drauf zu gehen um alle möglichkeiten wirklich sich anzeigen zu lassen und dann gibt es hier den punkt analyse tools hier erscheinen dann weitere möglichkeiten und ich führe hier gerne einmal den punkt nachrichten anzeigen vor es kommt dann ein weiteres fenster auf wo dann zum beispiel hier nachrichten drin stehen bezüglich adidas also adidas to close german us robot factories ist hier zum beispiel eine meldung vom 11 11 oder dann ein reuter stock report zum beispiel vom 2 12 also da gibt es in der jüngeren vergangenheit daneben die die pressemitteilung oder die sonstigen meldungen zu der firma adidas in diesem beispiel und es kann ja auch konkret nach einem bestimmten ereignis im suchfeld gesucht und recherchiert werden außerdem gibt es die möglichkeit hier mit einem klick wiederum auf analyse tools und dann auf analysen recherche besteht die möglichkeit sich zum beispiel externe reports wie zum beispiel hier den reuter stock report plus gratis herunterzuladen nach einem klick auf denselbigen lädt der report und ich kann jetzt hier wieder rüber ziehen und zeigt das auch gerne mal im vollbild also dann gibt es hier zum beispiel einen ein report eine analyse der adidas aktie von reuters in der die aktie auf einen durchschnittscore hier von sechs von höchstmöglichen zehn kommt und es wird hier dann auch ein vergleich betrieben zum beispiel die textilindustrie kommt im durchschnitt auf 5,7 also hier hat adidas quasi eine outperformance geschafft und hier die zyklischen consumer goods oder cyclical consumer products kommen auf 5,1 das heißt da ist adidas sogar noch ein stück weit besser außerdem gibt es hier oben dann noch kennzahlen wie einen return on equity oder 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 weitere kennzahlen die dann im näheren noch weiter analysiert werden und es wird auch eine empfehlung ausgesprochen wie zum beispiel hier halten basierend auf der meinung von 38 analysten die also diesen wert adidas hier begutachtet haben und dazu gibt es dann eben auf den weiteren seiten man sieht hier eins von elf seiten noch weitere ausführungen zum beispiel eben bei den earnings fundamental daten und so weiter gibt es hier einzelne bewertungen die dann eben in der summe zu der gesamtbewertung von sechs und insgesamt zu der bewertung halten oder hold führen genau und das ist ein ein beispiel von diesen externen analysen die hier unter dem punkt auch verfügbar sind gut bei den us werten wie zum beispiel apple gibt es hier noch eine besonderheit und zwar wenn ich jetzt hier einen rechtsklick mache und auf analyse tools gehe und hier wieder das kleine häkchen nach unten setze dann gibt sie den punkt sec meldungen also bei der sec handelt es sich ja um die amerikanische marktaufsicht ja und hier kommen dann eben die resultate wenn man zum beispiel apple sucht von der aufsichtsbehörde und hier sieht man dann eben die verschiedenen informationen noch mal zu apple kann hier zum beispiel auch noch mal sortieren und dann die dokumente direkt vom markt regulierer auch als besonderheit noch mal im original herunterladen als nächstes stelle ich gerne einmal kurz den den chart beziehungsweise die chart analyse vor auch hier reicht es wieder aus einem rechtsklick vorzunehmen und dann den punkt charts neuer chart zu wählen es kommt dann hier zum beispiel ein sehr langer chart auf hier im wert apple eine große große laufzeit den mache ich hier direkt einmal ein bisschen größer 30 minuten kerzen das machen wir vielleicht mal mit wöchentlichen kerzen für eine längerfristige übersicht hier grundsätzlich in den einstellungen gibt es hier schon eine dividende die die angezeigt wird immer hier mit dem gelben d und dann letztendlich der gezahlten dividenden anzahl unten das ist hier schon voreingestellt und abgetragen grundsätzlich lassen sich allerdings noch viele weitere einstellung treffen und zwar konkret hier unter dem punkt bearbeiten und dann chart parameter in dem aufkommenden fenster können dann eben wichtige einstellungen getroffen werden also hier können können dann zum beispiel neben den ausführungen kann auch mit point also die mitte zwischen geld und briefkurs kann angezeigt werden und es gibt natürlich noch weitere möglichkeiten außerdem kann auch hier die zeit geändert werden die zeit eingabe der kerzen ja oder es kann zum beispiel von kerze auch auf hochtiefbalken als beispiel umgestellt werden hier gibt es da noch sehr viele verschiedene punkte wie eben die dividenden die angekreuzt werden können und es gibt noch den punkt studien und da zeigt hier schon der erste klick auf das grüne plus hier bei gleitende durchschnitte und vielleicht auch noch der zweite klick auf die rubrik dass wir hier eben schon über 150 verschiedene studien allein im chart anbieten das heißt es ist also eine sehr umfangreiche chartanalyse möglich als kleines beispiel nehme ich jetzt hier gerne mal die einfachen gleitenden durchschnitte hinzu da gibt es dann einen zeitraum der zum beispiel eingestellt werden kann also ich nehme mal die 200 tage linie und gehe hier nochmal auf hinzufügen dann fügt ihr da nämlich noch einen zweiten wert ein da nehme ich den zeitraum mal 100 100 kerzen und dann beziehungsweise 100 tage und dann noch den zeitraum 50 so und diese punkte können jetzt hier mit übernehmen akzeptiert werden und dann werden eben diese beiden oder diese drei verschiedenen indikatoren angezeigt und grundsätzlich können hier die die farben natürlich dann noch geändert werden also indem ich hier dann nochmal auf bearbeiten chartparameter gehe und dann nochmal auf studien gibt es hier zum beispiel die möglichkeit von blau von blau zum beispiel mal auf rot umzustellen der 100er der 200er von rot dann auf gelb und der 50er von orange auf hellblau so und hier nach genau erscheinen dann die indikatoren in der entsprechenden eingestellten farbe sind damit besser zu unterscheiden und da kann eben der dieser durchschnittskurs dann hier im chart angezeigt werden genauso kann ich hier einfach auf die maus drücken und zum beispiel mal ein wachstum in dieser periode hier einzeichnen von 24,44 prozent oder dann genauso hier wenn es bergab geht dann eben ein minus von 30 prozent zum beispiel hier an der stelle kurzhand einzeichnen und diese linien dann entweder einzeln oder insgesamt entfernen aus dem chart genau also da gibt es noch eine vielzahl an möglichkeiten eine zeige ich sogar gerne noch auf und zwar gehe ich wiederum hier auf bearbeiten chartparameter und diesmal in die sekundärserie das heißt wenn ich hier als apple als basiswert nenne ich es mal habe dann kann ich hier zum beispiel microsoft mit dem kürzel msft hinzufügen hinzufügen und das ganze übernehmen und hier in blau gibt es dann eben die microsoft aktie im vergleich zu der zu der apple aktie oder es gibt unter chartparameter index vergleiche hier natürlich noch die möglichkeit auf kurzwahl mal einen s&p 500 einzubauen oder zum beispiel auch ein nasdaq 100 mit übernehmen sind auch diese werte dann vorhanden und ja also da sieht man dann eben schon die möglichkeiten die hier letztendlich bestehen in der chartanalyse und ganz grundsätzlich können sie natürlich dann oder kann man dann hier natürlich auch dann noch die farben einstellen oder den chart noch weiter skalieren ja um das ganze dann noch noch besser ersichtlich zu machen so dann schließe ich jetzt hier einmal den chart und komme auf den nächsten punkt zu sprechen nämlich das sogenannte news trading also das news trading ist ein trading ansatz der quasi auf news also auf nachrichten auf aktuellen informationen beruht und dementsprechend gibt es hier auch in der tws den punkt nachrichten das heißt ich kann hier auf adidas einmal also zunächst einmal hier ein klick auf adidas vornehmen und dann hier auf nachrichten unternehmens spezifische nachrichten gehen und dort kommen dann wieder die nachrichten aus der presse eben auf und auch hier gibt es dann wieder die suchmöglichkeit genauso funktioniert es hier für den wert apple ja auch da gibt es dann letztendlich noch mal nachrichten eine grundlegende information über den markt kann sich natürlich auch beschafft werden und zwar über die funktionen bloomberg tv ja das heißt wenn ich hier auf nachrichten gehe und dann auf bloomberg tv dann kommt eben dieses fenster auf und bloomberg tv ist eben in der tws für zwölf stunden am tag gratis inklusive das heißt ich habe das ganze thema aktiviert so dass eben ja hier der bildschirm zu sehen ist das heißt man kann sich hier up to date halten mit den aktuellen geschehnissen im markt oder den wichtigsten themen die zum beispiel auf blueberg auch diskutiert werden und diese möglichkeit besteht auch in der tws so dann schließen wir das ganze einmal und gehen zum nächsten punkt über und zwar gehe ich hier gerne auf das amerikanische produkt und mache einen rechtsklick finanzinstrument info beschreibung danach kommt dann hier dieses fenster auf ich mache es gerne auch noch mal im vollbild auf der linken seite sind dann die details abgetragen also welche handelswährung us dollar natürlich welcher sektor welche übergeordnete branche ist hier eben für das wertpapier verzeichnet wie sind die handelszeiten die regulären und die insgesamten handelszeiten und auf der rechten seite gibt es hier zum beispiel schon kennzahlen wie zum beispiel earnings per shares dividenden kursgewinn verhältnisse liquidität dritten zweiten ersten grades ebd ohne das a netto gewinnspanne und so weiter und so fort und hier gibt es auch auf der seite noch so ein paar blaue links das heißt da gibt es noch mal einen schnell zugriff zum beispiel hier unter finanzdaten übersicht wenn ich auf diesen punkt gehe und ich mache das fenster da dafür hier noch einmal zu dann kommt eben das nächste fenster auf das heißt es gibt hier noch mal eine übersicht zu den finanzdaten zum beispiel von apple konkret wird hier earnings per shares angezeigt ja aus den letzten jahren genauso kann man sich hier dvd also die dividenden anzeigen lassen und auch hier steht ein einkommen oder einkünfte das sind also die umsätze ja die hier in orange dann abgebildet sind und das ganze lässt sich hier dann eben immer nachverfolgen und da gibt es dann teilweise auch schon die ersten ja forecast beziehungsweise ja die ersten analysten die dann eben eine ja kennzahl oder einen zielwert ausgeben für das kommende jahr darauf gehe ich dann jetzt gleich noch näher ein denn hier oben im drop down kann man noch eine ganze menge mehr machen es gibt hier den punkt inhaberschaft das heißt nach einer kurzen wartezeit kann man hier tatsächlich die anteils auflistung von apple sehen also hier kann eingesehen werden dass zum beispiel eine vanguard group aktuell 7 prozent von apple hält blackrock 5,95 prozent berkshire 5,26 prozent und so weiter außerdem gibt es hier die größten insider aktionäre die aufgeführt werden und ein insider handels protokoll was allerdings dann ja nicht so nicht allzu weit zurück reicht und immer nur die letzten drei transaktionen dann aufzeigt neben dieser möglichkeit besteht auch noch eine möglichkeit hier auf analysten ratings zu gehen das heißt hier erscheint dann ein bild von den verschiedenen analysten von den verschiedenen menschen eben zum beispiel hier von von der city group ist es der herr jim suva der zum beispiel die apple aktie trackt und diese dann bewertet aktuell mit einem mit einer empfehlung von kaufen und dem kurs ziel von 300 das ganze wurde von ihm wiederholt und zwar am gestrigen tag ja das ist hier eben alles einsehbar und die kompletten analysten von dem wert apple sind hier eben einmal aufgeführt und hier gibt es teilweise sogar noch eine persönliche bewertung zum beispiel mit einer ja individuellen erfolgsrate das heißt hier bei dem herrn rob hall von goldman 6 der hat eine erfolgsrate von 48 prozent das heißt 48 prozent seiner empfehlungen treffen das heißt gehen in die richtige richtung in welche die aktie dann auch gegangen ist und das gibt es dann eben hier für die aufgelisteten person genau auch da wird dann eben eine übersicht erstellt es gibt aktuell bei apple 21 analysten die auf bei also auf kaufen setzen elf sind verhalten vier sind für verkaufen daraus wird dann noch ein szenario gebildet also mit einem normal case also kursziel 254 da sind wir jetzt aktuell dann einem best case von 325 und einem worst case von 150 us dollar immer noch natürlich mit den prozentualen veränderungen hinten dran es gibt allerdings noch eine übersicht zu den analysten ratings in klammern details und zwar ist es auch ganz interessant es gibt hier dann nochmal diese diese übersicht von eben mit den einstellungen und dazu gibt es hier einen nachrichten stimmungswert das heißt es gibt nachrichten die in den letzten tagen aufgekommen sind und die werden hier teilweise eingeordnet also entweder in neutrale nachrichten oder hier in bullische also positive nachrichten oder auch in bärische also negative nachrichten das heißt es gibt hier eine anzeigemöglichkeiten nur positive nachrichten von apple die werden dann hier angezeigt oder nur negative nachrichten das ganze wird dann auch prozentual noch einmal bewertet und man kann hier sehen dass also 79 prozent der nachrichten aktuell von apple positiv sind das ist mehr als im sektor durchschnitt das ganze mit 66 prozent der fall ist also hier kann man schon richtig tief eintauchen in die analyse beziehungsweise in die aktuellen nachrichten und kann hier tatsächlich auch news trading betreiben betreiben sozusagen so dann kommen wir zum nächsten punkt es gibt hier noch ein paar verhältniskennzahlen da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein die hatten wir eben schon in der übersicht und dann gibt es hier noch zum beispiel eine übersicht der jahres abschlüsse aktuell hier 2019 mit den entsprechenden vorjahren als vergleich es gibt hier einmal die bilanz auch anzuwählen dann gibt es hier die kapitalflussrechnung mit den verschiedenen cash flows und die betragsrechnungen das heißt hier also die kapitalflussrechnung beziehungsweise verzeihung nicht die kapitalflussrechnung sondern der jahresabschluss mit den verschiedenen kennzahlen für die vergangenen jahre ok dann kommen wir last but not least auch noch zu einer kurzen übersicht zu den dividenden und zwar bleibe ich da gerne kurz auf apple mit einem rechtsklick und dem punkt dividenden plan kann ich mir hier nämlich eine übersicht aufrufen zwar gibt es hier nicht nur die die anstehenden dividenden sondern zunächst mal die historischen dividenden das heißt bei apple kann ich hier schon sehen 1 2 3 4 das heißt ich habe hier über die letzten jahre immer vier dividenden zahlungen gesehen und es kann eben von 2015 bis 2019 hier schön gesehen werden dass die dividenden immer linear sozusagen oder nicht linear aber dass sie immer ein stück weit gestiegen sind also es gab hier angefangen von 47 cent pro stück dann bis 2019 77 cent pro stück schon eine gewaltige änderung der dividende immer ist hier natürlich auch das ex dividenden datum das ja entscheidend ist für das bezugsrecht oder das recht überhaupt die dividende zu erhalten aufgeführt und auch da sieht man eben eine gewisse regelmäßigkeit natürlich und hier ist dann das zahlungs datum auch abgetragen so unter anstehend gibt es dann die ja erwarteten dividenden so kann man sagen also für 2020 und für 2021 werden hier wiederum vier dividenden pro jahr erwartet und auch hier geht man von einer leichten oder moderaten steigerung dann aus von insgesamt 4 cent und auch das kann hier also eingesehen werden so das war ein kleiner einblick in die verschiedenen analyse möglichkeiten das heißt sie haben wir also sehr sehr viele chancen und sehr sehr viele verschiedene bereiche die sie in der tws letztendlich ansehen können ja das soll zu meiner seite dazu jetzt gewesen sein vielen lieben dank für die aufmerksamkeit